Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder so ein Speedcast-Ding-in-Zieh, weil ich hatte die Idee, dass wir unsere Stardewallee-Charaktere als Sims erstellen, denn ich bin so mit so ein paar Leuten in so einer Gruppe, wo wir so einen gemeinsamen Save-File haben und so. Und da ich die eine Person geheiratet habe, fand ich das natürlich besonders toll. Deswegen habe ich uns beide erstellt. Also unsere Charaktere. So, und da sind wir jetzt auch schon dabei. Ihr seht hier natürlich eingeblendet irgendwo, wie der Charakter im Spiel aussieht. Und daran habe ich mich dann halt irgendwie gerichtet, habe versucht, das so zu machen, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Ja, also es hat nicht alles immer so hundertprozentig gepasst, wie ich mir das gewünscht hatte, aber das ist natürlich klar, ne? Also es gibt ja nicht immer überall dasselbe. Obwohl ich mir bei Markus ein bisschen mehr vorstellen konnte, was ich vielleicht tun kann. Also, weil ich schon wusste, okay, ich träge dieses T-Shirt, wo man den Totenkopf sieht. Und ich wusste, dass wir halt sowas im Base-Game haben. Das gab es jetzt bei mir nicht. Ich habe ja, wie gesagt, das sieht man dann später, so eine Maus auf dem T-Shirt. Sowas haben wir nicht im Spiel. Zumindest habe ich das nicht. Also, I don't know. Vielleicht gibt es irgendwie Custom-Content, was so ähnlich aussieht. Aber da muss ich dann ein bisschen rumprobieren. Und ja, also, ich denke, den Rest werdet ihr dann halt auch noch jetzt irgendwie sehen. Also viel gesucht habe ich vor allem bei den Haaren und so. Aber ja, das ist, denke ich, klar. Man versucht ja auch, das möglichst genau dann nachzustellen, wenn man es dann schon nachstellt. Und ja, wenn wir aber jetzt schon über Stardew Valley reden. Denn wir haben jetzt ja in letzter Zeit, ja, keine Livestreams gemacht. Eigentlich wollte ich ja auch die Pflanzen-Sim-Challenge noch zu Ende machen. Und wir haben jetzt da die Überlinie ja noch theoretisch offen. Aber das Ding ist, also ich bin halt wirklich nicht der Livestream-Mensch. Also es wird halt öfter auch gefragt und das ist auch total süß. Aber ich merke halt, es ist halt nicht so mein Ding. Also ich bin nicht so der Allein-Entertainer. Und wenn dann halt in Videos, weil dann kann ich das halt so zusammenschneiden, dass es vielleicht noch lustig wird. Oder, keine Ahnung, wenn ich halt irgendwas Doofes mache oder sage, was mir halt vielleicht auch peinlich ist oder so, dann kann ich es einfach rausschneiden. Und ja, I don't know. Ich bin nicht so der Livestream-Mensch. Also wenn ich das mit dem anders mache, beispielsweise, weil ich bei der Person zu Besuch bin, dann ist es für mich nicht so das Problem. Aber ich finde es schon schwer, mich selber hinzusetzen und zu sagen, ja, ich starte jetzt einen Livestream. Deswegen geht es jetzt erstmal nicht davon aus, dass wir die Pflanzen-Sim-Challenge zu Ende machen. Und Stardew Valley machen wir jetzt erstmal auch nicht weiter. Wie gesagt, also an sich hat es Spaß gemacht und so. Und es war auch schön mit euch. Aber es war einfach, ja, also es ist einfach nicht so mein Ding. Und gerade, weil ich ja auch eine generalisierte Angststörung habe, ist es halt immer nochmal ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Also, ja, es ist halt, es spielt mir halt auch immer da so rein. Also das Ding ist halt, ganz zu Anfang, also beziehungsweise seit ich diesen Kanal habe, ich hatte schon beim Aufnehmen teilweise mal eine Panikattacke oder so. Und das kann ich dann einfach rausschneiden, wenn ich dann hier eine halbe Stunde sitze. Und das kann ich jetzt im Livestream halt nicht unbedingt. Und ich werde das dann meistens auch nicht schaffen, das dann auszumachen. Und das ist halt so mein Hauptgrund, wieso ich dann alleine das, ja, dass es dann einfach ein bisschen schwierig ist. Aber ich weiß auch, dass ihr mir das nie krumm nehmt in irgendeiner Form, wenn irgendwas dann doch nicht so kommt, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber ja, also stellt euch erstmal nicht auf Livestreams und so ein. Also das heißt nicht, dass nie wieder einer kommt. Kann auch sein, dass ich meine Meinung nochmal ändere oder so. Aber ich habe in näherer Zeit erstmal nicht vor, nochmal einen Livestream zu machen. Dafür soll aber, ich glaube, ja, so irgendwann in den nächsten Wochen, irgendwann wollte ich nochmal ein Short hochladen. Weil ich habe da was gesehen und ich fand das eigentlich ganz witzig. Ja, weil Shorts sind ja eigentlich auch ganz gut wegen Reichweite und so. Also sind wir ja ganz ehrlich hier. Aber ich weiß nicht, ich sage da jetzt nicht weiter was zu. Also weil es geht mir ja nicht darum, dass ich hier 5 Millionen Leute entertaine, sondern dass wir einfach so eine kleine Gruppe sind, ja, wo wir uns alle wohlfühlen. Deswegen hoffe ich, dass euch dann das Short auch gefällt, wenn das dann online geht. Ich bin sehr gespannt, weil ich bin ja nicht so in diesem Short-Thema drin. Aber ich weiß, dass es, ja, dass es dem Kanal an sich gut tut. Deswegen ist es vielleicht gut, wenn ich mal ab und zu mal eins mache. Also, ja. Aber ich bin jetzt gerade auch dabei, vorzuproduzieren ein bisschen. Ich weiß, das klingt krass, Leute. Normalerweise bin ich ja immer tagesaktuell mit meinen Videos. Zumindest war es das in den letzten Wochen immer. So ziemlich. Also vor allem, wenn ich dann Schule hatte. Das war ganz schrecklich immer, Leute. Also, ja. Das Ding ist, ich mache mir den Druck ja selber. Aber ich bin halt trotzdem so. Deswegen, ja. Ich schreibe halt jetzt im Mai, in den ersten beiden Mai-Wochen, schreibe ich meine Abschlussklausuren. Vier Stück. Und deswegen, ja. Dachte ich mir dann so, hm. Wie wäre es, wenn ich vorproduziere jetzt in den Osterferien? Zumindest so ein bisschen. Sodass ich nicht mehr allzu viel machen muss. Weil die Klausuren gehen natürlich trotzdem vor. Und ich möchte da aber trotzdem auch Videos bringen. Und damit beides halt genug Platz für sich alleinstehend hat, habe ich mir gedacht, okay, dann produziere ich ein bisschen vor, dass ich dann so ein bisschen Puffer habe, dass ich mir da jetzt dann keinen Stress machen muss. Danach habe ich ja erstmal monatelang frei. Richtig geil. Da kann ich dann theoretisch machen, was ich will. Aber ich versuche dann trotzdem nicht so tagesaktuell zu sein, sondern das so ein bisschen, ja, dass ich so ein bisschen so eine Regelmäßigkeit reinkriege, dass ich vielleicht auch mal so ein, zwei Videos oder so im Voraus habe. Weil es ist halt schon gut. Also es tut halt auch der Psyche gut, sage ich. Und ich finde es halt auch einfach, das Ding ist, ich brauche das aber auch, dass das dann regelmäßig kommt alles. I don't know, also ich fühle mich dann einfach besser. Deswegen kann ich das auch einfach nicht sein lassen. Aber ja, es wird ja auch hier immer schön gewertschätzt. Also es ist ja nicht so, dass die Leute dann sagen, also ihr. Also ihr sagt ja immer, ihr freut euch immer ganz doll und so. Das ist total süß. Auch wenn es vielleicht in Anfangszeichen nicht viele Leute sind. Aber wenn ich nur einen Menschen hier glücklich machen kann, dann bin ich schon zufrieden. Und ja, ich hoffe, es seht ihr auch so. Ja, jetzt gleich sind wir tatsächlich auch schon durch. Ich habe hier ja Moschino genommen, würde ich jetzt normalerweise auf der Farm nicht anziehen. Aber das ist das Einzige, was am ehesten noch dazu gepasst hat. Deswegen, ich denke, ihr werdet verstehen, wieso ich das so gemacht habe. Aber ja, jetzt hier seht ihr nochmal einen Vergleich von den beiden Bildern, I guess. Und das war es dann tatsächlich auch schon mit diesem Video. Es ist wie immer ein bisschen wild, ne? Also wenn ich so drauf losrede, passieren ganz wilde Dinge. Deswegen, hoffentlich war es für euch nicht komisch oder so. Ich hoffe, es hat euch nämlich trotzdem gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und Tschüss! Bis dahin und Tschüss!